Schaut es euch an. Maschallah. Also der Gästebrück brennt. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute geht es für Hanni und mich nach Magdeburg und zwar spielt er Kaiserslautern. Ich bin ja VfB-Fan. Einige Teile der VfB-Fans haben eine Fanfreundschaft mit Kaiserslautern und somit werde ich da sein und Kaiserslautern supporten. Wenn euch diese Vlogs gefallen, lasst doch sehr gerne ein Abo da. Ich würde mich auch mega über einen Kommentar und ein Like für den Algorithmus freuen. Aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. So, wir sind angekommen am Stadion und endlich haben wir mal einen guten Parkplatz erwischt. Wirklich direkt am Stadion. Gästeparkplatz und hier ist auch noch relativ frei. Ich bin mal gespannt, ob der Gästeblock dann trotzdem voll ist, aber ich glaube schon. So, wir mussten gerade gefühlt einmal ums ganze Stadion laufen, weil wir beim Gästeblock nicht mit reingekommen sind. Also, wir sind ja direkt daneben und die komplette Tribüne ist gesperrt. Das heißt, wir sind gerade einmal so außenrum gelaufen. Naja, aber wir dürften gleich da sein. Ich dachte übrigens, hier sind wenigstens so ein paar Kaiserslautern-Fans so bei mir. Aber obwohl wir direkt neben dem Gästeblock sind, ist alles blau. So, also der Gästeblock ist dann nicht so ganz voll. Vielleicht hätten wir da auch noch Karten bekommen. Man muss halt auch dazu sagen, dass Freitagabend 18.30 Uhr von Kaiserslautern nach Magdeburg wirklich nicht optimal ist. Also an so einem Samstag oder so wäre der Safe komplett voll. Hier hinten, irgendwo? Das ist die Prinz-Tatsache. So viele Schals in der Kurve. Es sieht halt jedes Mal nice aus. Also dafür, dass der Gästeblock nicht voll ist, ist die Stimmung richtig gut. Man hört den Song einfach nicht eng an, Leute. Ach, Pyro. Es ist einfach immer wieder so schön. Auch wenn es so gehatet wird. Aber es sieht so cool aus, ne? Schaut es euch an. Raschallam. Das mag doch nicht unter viel verbessertes Spiel. Ich dachte, ich schreibe den Grund, sonst mag das übel. Also der Gästeblock brennt. Das ist krass. Es sind wirklich nicht viele, aber die sind auch. Erste Riesentosch aus der Magdeburg. Das war ein Jahr. Erste Riesentosch aus der Magdeburg. Ja, es ist nicht. Nein! Das hat es nur eins. Christoph! hat es nichts. Hat es nichts. Was ist denn? Das ist eine Klappe. Das war ein Felsen. 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 Der Ball wird auch auf der anderen Seite. Der Ball ist auf der anderen Seite. Er ist eine sovue Chance für den Scheisse. Der Ball ist auf der anderen Seite. Der Ball ist auf der anderen Seite. Geht! Jaaa! Ja! 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 Ich bin selbst mit dem Gäste, der da gesagt, wirklich radios! Jetzt ist es aus, ja! Das war wirklich die erste Volumen der Aktion von Lauter. Oh! Oh! Ja! Ja, mein Mann! Ja, mein Mann! Ja, mein Mann! Oh! Es ist ein Wachstum, es ist ein Wachstum, es ist ein Wachstum. Es ist ein Wachstum. Es ist ein Wachstum, es ist ein Wachstum. Es ist ein Wachstum. Es ist ein Wachstum, es ist ein Wachstum. Es ist ein Wachstum, es ist ein Wachstum. Es ist ein Wachstum, es ist ein Wachstum. Es würde mich außerdem mega über einen Kommentar und ein Like für einen Algorithmus freuen. Aber jetzt nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr das Video bis zum Ende geschaut habt. Und dann bis zum nächsten Video. Macht's alle gut. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.